Ja, moin moin. Ich hatte ja angekündigt, dass ich mich heute nochmal melde und zwar möchte ich euch was vorstellen und zwar hier das Logo eingeblendet. Fanteam. Ja, ist Fantasy Sports, habe ich mich immer ein bisschen schwer mitgetan, finde es auch einen irreführenden Begriff, weil es ist schon sehr real. Es geht ja um reale Spieler, die dann live spielen, die man auch live dort mitverfolgen kann, also deren Punktewertung. Und ja, warum Fantasy? Also mit Harry Potter und sonstigen Rollenspielen hat das nichts zu tun. Ja, ich hatte auch insgesamt so für mich eigentlich immer abgeschlossen mit diesen Kicker-Manager-Spielen, Comunio und so weiter, halt weil ja Fußball ist für mich ein Mannschaftssport. Aber wer das hier genauer verfolgt, der weiß ja auch, dass ich durchaus mal die Unterschiedsspieler suche und auch mal Torschützenwetten abgebe. Und da versuche halt auch die Spieler einzeln ganz gut zu scannen und dann bietet sich doch auch mal an, sich um so ein Fußball-Manager-Spiel zu kümmern. Ja, das habe ich jetzt gemacht und ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen, gefällt mir sogar immer besser. Die Live-Performance insgesamt, die Performance sehr gut, auch sehr simpel dargestellt, sodass man da relativ schnell reinkommt. Ja, falls ihr mal Bock habt, das auszuprobieren, hier unten in der Beschreibung habe ich euch einen Link bereitgestellt. Da könnt ihr mal einchecken, euch registrieren, dann kriegt ihr auch ein Ticket, Geschenk, ein kleines Ticket, könnt da mal zur Probe eine Runde spielen. Und wenn es euch gefällt, zahlt da halt was ein, kriegt dann auch einen Bonus von denen. Alle Infos darüber findet ihr dann auf deren Seite. Wie gesagt, hier einfach mal in den Link klicken. Ganz unverbindlich halt das erste Geschenk und ja, einfach mal probieren. Ja, wer Bock darauf hat, macht das einfach. Alles klar, wir stellen es mal eben kurz vor, wie das abläuft. Kann ich am besten darstellen, indem ich mein gestriges Team mal präsentiere. Ich blende es mal hier ein. Der geschulte Fanteam-Spieler wird wahrscheinlich denken, da hat er aber einen Anfängerfehler gemacht. Ja, habe ich auch, wenn man sich die drei Defensivleute bei PSG anschaut. Dann weiß der geschulte Fanteam-Spieler halt, ja, da hat er Minuspunkte bekommen, weil ich habe da eine Stacking-Strafe bekommen. Ich habe es hier kurz mal eingeblendet am Beispiel Marquinhos, wie die Punkte vergeben sind. Er hat die volle Spielzeit gespielt, das waren dann zwei. Hat ein Cleansheet, also kein Gegentor bekommen. Als Abwehrspieler-Torhüter kriegt man dann diese Punktzahl von vier. Hat er drauf bekommen. Dann die Wirkung, die besagt einfach, dass er gewonnen hat, das Spiel gegen Leipzig. Und ja, die Minus zwei hat er bekommen, weil man halt sich kein Abwehr-Bollwerk aufstellen kann von einem Team. Also das heißt, Atletico kann ich heute Abend nicht die komplette Abwehr aufstellen. Ja, kann eh immer nur drei Spieler von einer Mannschaft nehmen. Zudem ist das Budget auf 110 Millionen halt begrenzt. Und ja, das war jetzt halt ein 20-Euro-Ticket und ich war sogar in den Geldrängen. Also das heißt, mit dem Ticket habe ich dann 35, dann bekomme ich 15 Euro plus. Also dafür, dass ich einen Anfängerfehler gemacht habe und minus drei Punkte bekommen habe durch die PSW-Defensive, bin ich da eigentlich recht zufrieden. Also ihr könnt ja auch erkennen, ich habe sehr auf Stürmer gesetzt. Schiro hat zweimal geknipst und Ronaldo einmal, zweimal Haaland. Der war zudem mein Kapitän. Den müsste er halt benennen und dann gehen die Punkte mal zwei. Deswegen hat er auch 22 da stehen und Schiro dementsprechend weniger. Das Mittelfeld habe ich ein bisschen vernachlässigt. Da seht ihr halt so, ja, auch ein bisschen natürlich kohletechnisch muss man gucken, dass das Budget irgendwie ganz gut und clever ausgereizt wird. Luis Alberto war noch bezahlbar. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht trifft er ja mal. Bei Wischka war es irgendwie genau dasselbe. Kriegt halt keine Minuspunkte, wenn und auch Clean Sheet und so weiter. Keine Auswirkungen. Und da war so die Spekulation, dass er vielleicht einen Elfer schießt. Ist ja eh immer torgefährlich. Egal, ob der da jetzt bei Manchester United spielt oder was weiß ich wo. Hat ja auch im Hinspiel getroffen. Deswegen dachte ich mal, der ist günstig. Der hat, glaube ich, nur 5,9 Millionen gekostet. Die anderen wesentlich teurer. Den packe ich mal mit ein. Hat leider nicht getroffen. McKennie hatte ich mit drin, weil ich dachte, ja, in so einem Spiel gegen Ferencvaros, da trifft er vielleicht dann auch mal. Aber letztendlich habe ich die Punkte primär natürlich im Sturm geholt und in der Defensive. Das liegt zudem halt daran, wie das Budget halt eingesetzt wird. Gut, mal schauen, wie ich es heute Abend mache. Man kann auch zum Beispiel noch mal jetzt hier kurz einblenden. Hummels ist natürlich ohne Minuspunkte abgerechnet. Das waren dann halt volle Spielzeit. Hat er gespielt. Zwei Punkte. Cleansheet vier. Und halt hat gewonnen. Ein Punkt. Das sind dann Runde sieben Punkte. Und ja, mal schauen. Ich muss die Defensive halt dann heute Abend mal ein bisschen differenzierter mit verschiedenen Klubspielern halt aufstellen. Werde ich machen. Man lernt da aus Fehlern. Ich bin hier auch ein totaler Anfänger. Und ja, finde es eigentlich ganz okay, dass ich trotzdem in die Geldränge gestoßen bin und da nicht mit einem Minus raus bin. Deswegen top, top, top. Ich glaube, da kann man eh eine Menge an Geld verdienen. Man kann auch mehrere Tickets halt spielen, mehrere Formationen aufbauen. Man braucht allerdings aber auch wirklich Recherchezeit. Die habe ich gestern zum Beispiel dann auch nicht gehabt, wo mir zwei Spieler halt weggebrochen sind, weil die dann auch als Bankspieler markiert waren. Da muss man dann halt schnell tauschen. Sein Budget dann wieder so irgendwie jonglieren, dass es passt. Und so richtig hundertprozentig habe ich da wahrscheinlich nicht recherchieren können, weil ich halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber es hat ja funktioniert. Bin da fürs Erste mit zufrieden. Bin gespannt, wie ich es heute Abend mache. Wie gesagt, schaut da mal rein. Spielt das Ticket gerne mal durch. Und dann können wir uns ja auch hier gegenseitig austauschen. Ich habe mir gedacht, meine Aufstellung für heute Abend, die präsentiere ich dann im Community-Tab. Und das mache ich um Punkt 21 Uhr zum Anpfiff, weil wir sollen ja hier auch jetzt nicht alle dieselben Spieler nehmen. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Können wir auch da weiter kommentieren. Ihr könnt mitverfolgen, wie meine Resultate sind. Das Punktesystem habe ich hier auch noch mal kurz eingeblendet. Das stelle ich euch da auch mal bereit. Dann habt ihr auch mal einen Überblick, wie das alles gewertet wird. Es gibt halt ein paar Sonderregeln, aber das wird sich dann im Laufe der Zeit so ergeben. Oder ich mache noch mal ein Video, wie es dann im Detail geht und was ich so Neues entdeckt habe. Ja, macht auf jeden Fall. Mir macht es Bock. Ich bleibe da erstmal eine Weile bei. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, schaut mal rein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bundesliga-Tipps sind angesagt. Würfelei. Aktuelles Video mit den Sportwänden. Lief ja gestern ganz gut an mit dem BVB. Muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit dem 3-0-Handicap-Sieg. War drin. Über-Tore-Challenge. Oben auch in der Infokarte. Könnt ihr auch noch mitmachen. Spiele sind noch vorhanden. Und ja, hier gibt es einiges zu tun. Packen wir es an. Ciao. Ciao. Ciao.